Willkommen liebe Fliegerkameraden hier bei Modellpilot.eu. Wir haben jetzt das Interview mit Lance Campbell. Lance Campbell hat eine ganz spezielle Aufgabe in der in der ganzen Eventarbeit hier zu der JetWorld Masters. Lance, bitte bitte erzähl uns, was du hier an diesem Event machst. Ich bin der Kontestdirektor für die JetWorld Masters 2011. Ich bin einer von vier vierten Hauptprincipal Leute, die die Event organisieren. Meine Aufgabe ist, dass das Event funktioniert, dass das Event funktioniert, von einer Kontest Perspektive zu machen. Das alles ist für alle Juden, die Stattik und die Competition-Fly. Das alles ist für die Infrastruktur, dass die Competition funktioniert. Das alles ist für alle. Das alles ist für alle. Von den Feuerstrahlern auf der Flugzeuge, zu den Juden. Und auch, um sicherzustellen, dass unser Kontest in accordance mit unserer lokalen USA-Modell-Organisation, die AMA. Ich bin der offizielle AMA-Representator, um sicherzustellen, dass wir in der Flugzeuge mit ihren Regierungen auch. Okay. Also er hat eine ganz große, spezielle Aufgabe hier als Direktor. Und er muss aufpassen, dass alles läuft. Beziehungsweise er organisiert im Vorfeld alles. Und jetzt auch während der Zeit achtet er darauf, dass die Flightline richtig läuft. Wo Aachen Küffner drauf sitzt. Und dass die Judges vorne auch ihre richtigen Positionen einhalten. Dass im Hintergrund alles läuft. Und, Vance, du bist auch Pilot. Oh ja. Und wir bekommen eine Interview. Besonders in der Rückseite. Und in der Rückseite. Du kannst es überall sehen, in der ganzen Welt, mit dem SR-71 Blackbird. Genau. Das ist der Blackbird. Der ist ja weltweit bekannt. Und er hat eine fantastische Maschine dort. Und er ist nicht nur Pilot, sondern er macht dieses ganze Event hier so gut. Es ist unglaublich. Es ist eine große Honour, hier zu sein. Ihr seid freundlich. Jeder ist freundlich hier. Von Theresa Montgomery. Robert Thomas. Und all die Leute. Jim McEwen, auch. Und wir sind sehr glücklich, hier zu sein. Nicht nur die Medien, sondern auch die Leute. Sie sind sehr glücklich. Sie sind sehr glücklich. Sie sind sehr glücklich. Danke. Vielen Dank. Wir haben versucht, als gut ein Hosts, als wir können. Und wir haben versucht, die Competition in das open und fairer manner, wie wir können. Ich habe versucht, zu werden mit der SR. Aber das Projekt kam ein bisschen schwer. Und wenn das passiert, Roger Shipley kam zu mir und fragt mich, ob ich wäre der Kontest Direktor. Years ago, ich habe experience running large events in anderen venues in den USA. Und ich habe gesagt, ich werde glücklich, zu helfen. Anywhere, wo du gerne möchtest. Ich habe gesagt, als ich keine Fahrzeuge parken, eine halbe Meile über den Horizont, und ich kann nicht den Flugzeug sehen, ich werde alles tun, was du gerne möchtest. Ich bin glücklich, zu helfen, Roger zu helfen. Und Lance, du bist auch ein Pilot. Ja. Und der JetVoatmaster ist eine sehr großartige, sehr großartige Freude hier in Dayton, Ohio. Sehr gut so. Und für unsere Publikation, wir sagen, Jet Modeling ist top. Ja. Danke. Danke. Bye-bye.